und damit hallo und herzlich willkommen bei red dead redemption 2 ja ich hatte ja gesagt dass wir heute auf große missionen wieder gehen werden ich möchte aber die von dutch noch nicht machen weil ich nämlich nicht weiß wo ich dann rein gerate deswegen werde ich erst mal mit lenny und sprechen und zu hören was der gute mir zu sagen hat ich schaue jetzt gerade mal ich kann mich noch rasieren aber ich glaube ich bin eigentlich noch ganz gut rasiert so wie es aussieht ich gucke mal wo lenny ist oder aber ich werde wieder von dieser dämlichen schnellspeicherung genervt hey hey what's going on ladies lehnin You got a lot on? Ah, just hunting for all this hellbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Well, well, it's worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bell, deep in the woods. Okay. Heh. 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 Josephine Bell. Heh. They even said they told you, it's gonna be something alright. There's aiday. the right there. They just cabeça I'm not mad. czyli też trend. Bye. He's here Punch. They're in the wind. Holy says he'll join my eye. ане color. Hey. Hey. Hey Roy. Come on. Ah, okay, die Perspektive, die stand irgendwie etwas seltsam. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler? Yeah. And Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrifying. But I got a notion these fellas is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry Pecklewood idiots in the state of LeMoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a... a glance or a word. And after that, a visit in the night. Well, out west is... Out west is out west. And you're all who you are. Right. Decent folks. But some places down here, they judge differently. Well then, I guess it can't be so easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shiny. And their guns still shoot. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. I guess it does. There is... Sorry. Ach, what! I just wanted to talk with you. But it does it not. Ich weiß nicht. Wenn, wie du sagst, diese Verzüge stehen auf Weaponsen, wir wollen strategisieren ein bisschen, bevor wir getrennt werden. Natürlich. Sie sagten, find den alten Battelfeld, und weitergehen. Ja, ich bin hier vorher. Ich kann sehen, dass die Wettbewerbe der Wettbewerbe der Wettbewerbe der Wettbewerbe der Wettbewerbe der Wettbewerbe der Wettbewerbe. So viele Tiere. Oh, entschuldigung ich kann grad nicht. Ich muss mal eben malen, also zeichnen. Ich verstehe aber nicht, was es für einen Abstand ich halten soll. Erstmal muss ich meine Waffen mitnehmen. Darf ich jetzt auch mal abstellen? Danke. Nix da. Ich gehe hier nicht ohne die passende Munition. Ja gut, das Gewehr wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ich nehme mal einfach das Normale mit. Ach, da hat er die alle versteckt. Jetzt sehe ich das erst so richtig. Mein Zielfernrohr oder mein, mein, äh... Okay, mein Zielfernrohr. Das hat kein Zielfernrohr. Nein. Das hat aber, glaube ich, auch keins, oder? Das ist ja geil. Hätte der mal vorher sagen können, dass ich eins mitnehmen muss, ne? Meine Pistolen haben natürlich jetzt auch kein Zielfernrohr. Och, Junge. Dein Ernst? Nein, du sollst sie weggehen. Moment, ich hole mal eben eins mit Zielfernrohr. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Hey, hey, to the left of you, you ain't seen anything worth shooting or stealing? Can you look again for me? Folk I spoke to said there was arms here. I know dynamite crates when I see them. We got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. Just give the word. Ich würde sagen, wir schießen auf das Dynamit, oder? Ich meine, gut, die stehen natürlich alle ziemlich... Ich würde sagen, der lockt die mal raus und dann schieße ich auf das Dynamit. Aber du sollst nicht deine Waffe hier lassen, Junge. Ich würde sagen, wir haben gerne táb v telephone, mean... Ich würde sagen, ich würde sagen. Ich würde sagen, mein tro breaths. Was hast du da? Ich würde sagen, mein tro bees Strom! Und dann wird der Waffe hier sein. Die Feiglinge ist immer raus. Das ist kein Dynamit, okay. Die Feiglinge ist immer raus. 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 Das er gesagt hat, alle im Umkreis werden jetzt noch hier kommen. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Was denn? Achso. Ah, ich denke mal, jetzt kommen die. Wo sind meine Waffen hin? Achso, ich dachte gerade schon. Wo müssen wir denn hin? Geradeaus und dann links. Ah, jetzt ist doch der Strich drin. Achso. 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 Geh auf. Achso. Hallen. Achso. We're coming our way. Keep it together, here. Hey! Stop! What's a black feller doing coming out of Shady Bell? In one of our... ...our wagons! Yep. Leonard, Leonard, Leonard! Looking, alright? I can't see anyone chasing us. I should think we're out of the woods then, so to speak. Boy, oh boy. You did good. We did it. Well, let's get to camp before saying anything like that. I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to... It's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragging. Don't worry about what Sean does. Hey, I like him, you know? Well, so do I. It's my better judgment. Just... You worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But... That's nothing but nothing. Me and Dutch, and everyone who counters. We know what you do for this gang. We know this. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. Okay, then. Okay. Thank you, Arthur. Good job. Hey. The camp's in these trees up here. Let's get there. Arthur, Lenny, coming back. The camp's in these trees. The camp's in these trees. These are fine. Right? I'm gonna keep one. Just from me. Hey. I always enjoy riding with you, kid. Haha. You know how to fight. Hey. You too. Anytime, Arthur. If you do anything. Whenever you do. The camp are pretty lazy. Very little. Do not do anything. I was thinking about this. A little bit. Image��. Okay. Another. Another bit. To моментs for a fallout. And this time. Got tired of course. abgeschlossen. Ja, und damit ist auch das heutige Video zu Ende und welche Missionen uns noch erwarten, das sehen wir dann im nächsten Video. Bis dann! Oder auch nicht. Vielen Dank für diese freundlichen letzten Worte. Vielen Dank! Vielen Dank, dass ihr alle meine Worte unterbrechen müsst. Ich melde mich jetzt mal ganz schnell ab. Bis zum nächsten Video. Bis dann! Ciao!